Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt eine schöne Zeit daheim. Ihr habt sicher schon gehört, dass bei der Sarah daheim ein paar kleine Zwerge angezogen sind. Ein Zwerg von den Zwergen, der ist auf einen Berg gestiegen. Und was der da oben macht, das möchte ich euch heute mit einem Bewegungslied zeigen. Ihr dürft gerne mitmachen, aber vorher müsst ihr euch ein bisschen Platz machen, damit ihr euch nicht wehtut. Und dann geht's los. Oben auf der Spergespitze sitzt ein Zwerg mit seiner Mütze. Wackelt hin und wackelt her, lacht ganz laut und freut sich sehr. Reibt sich seine Hände, klopft auf seinen Bauch, stampft dann mit den Füßen. Klatschen kann er auch, fasst sich an die Nase, springt ganz froh herum. Hüpft dann wie ein Hase Und plötzlich fällt er um Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem kleinen Zwerg und seiner Zipfelmütze Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit Bis ganz bald Tschüss